Hey, seid so auf dem Weg zurück? Nein! Oh Mann! Schau mal auf in dem Scheiß! Ich geh auch mit Kommalo! Nix ist! Na! Was wird das denn jetzt? Der ist an der Wand verreckt! Ey, cool, ich hab ein Knochen in meiner Hand, ne? Und wir haben den Schalter beide gleichzeitig umgelegt Fragst du irgendwie ein bisschen? Ganz leicht Ey, guck mal, ich jubel voll Jubel auch ein bisschen, komm, mach mit! Wie war denn das nochmal? Mit Y Ich kann auch mal chill, dass du jubelst Komm, wirst du keiner da oben ablocken? Ich lässt meine Waffen Ich hab nix anderes Echt? Ah nee! Kann ich einfach weitergehen irgendwo? Da hinten kann man weiter, ne? Die töten wir auf jeden Fall, das kann ich dir versprechen Muss man die töten? Nö, ne? Ach, man fällt ja trotzdem noch Achso, man kann da hinten weiterspringen So, ich nehm jetzt mal ne eigene Plattform Ich glaub das ist zu weit Nein, man kann das Nein, man kann das Das geht, das geht uns nicht weiter Malo? Was backt denn da jetzt? Irfie, warte auf mich Ich hab nen Back, toll Irfie, warum machst du das eigentlich zu lange, der Ort? Weil ich die Abkanzung nicht kenn Nein Einfach, einfach Einfach dann übers Dach springen Einfach dann übers Dach springen Ob der Honk ist nicht mit dabei Ich find der springt, der springt sowieso irgendwo rum Irgend dran, nicht ins Feuer, nicht ins Feuer Nö, nö Irgendwann, Devin, das Feuer ist böse, halt Bleib schön auf der lechten Seite Ah Und da brennt er schon Jetzt geht's, ich darf gar nicht brennen Man, da oben warten sie schon wieder Irgendwie übersicht ein Ich warte hier ein bisschen Ne, Devinio, wir sehen uns gleich Oh, einmal neng, Idioten Mal rechts Achtung Über dir Ach, man kann da warten? Ja, kannst du Oh Oh Gott, besser nicht doof sein, ne Wenn man hier vorne wartet, das kann sehr gefährlich werden Aber das zeigt ihn auf den Kopf der Gegend nicht knallt Was kann ich tun? Ach Na, kein Trotz daher Das ist hier Superball, man muss ein bisschen links und rechts Das erzählt mit der Idiot was Man kann sogar scrollen Na, das kann man doch als Persönsicht kämpfen Ach, mach die immer Mach die immer Wieder eben steht, Alter, so nach der Ich weich einfach bloß aus Das macht mich von schnell gar nicht Man, die über auf Totschlagene Ich warte jetzt einfach 14 Minuten Muss da Kutsche hin? Doch, ich bin auch gleich tot Ich will mir das noch angucken Wo kommen wir denn dahinten? Ach, da geht es sehr weit hoch, ok Na ja, die musste töten Na ja, die musste töten Und dann hast du es wahrscheinlich geschafft, wenn du da oben bist Also nochmal hin Könnte schwierig werden Ich bin Bacter Teleporter Ich werde nicht mehr sofort teleportieren, warum nicht? Ich habe auch maximal helllich reingestellt, damit ich mich überhaupt sehen kann Ich nehme mal die Summe hier mit Toll, jetzt schon bloß noch die Hälften Energie Ich habe keine Energie mehr Grab die Plattform Ah, da kommt ja die Plattform Danke Danke Onkel, warte, ruf dich sowieso zurück Ein bisschen baden, eine Lava Ich bin der Europolisch-Vorpomische Axt, damit kann ich die ganzen Zombies von der Plattform runterschlafen Nein, kannst du nicht Runterschlafen Runterschlagen Er labert schon der Kritzer Alleine schaffst du sowieso nicht Klar Ich habe Runen-Power, Mann Komm gar nicht mehr bis dahin So, nicht Schalter drücken, ich habe sie alle unten Komm sonst noch nicht mehr bis dahin, ich werde schon vorher gekillt Nein, da kommen ja immer wieder neue Oh, meine Runen-Power ist weg, aber Das war's Aber das war's Ich beende das jetzt mal Ah, da kommen ja noch mehr Egal Egal, ich beende das jetzt Na, geschafft Nein, ich Fahr schon aufhört Jawoll, bin so gut Ich hätte den Schalter nochmal drücken können Ich kann dich auch gleich noch im Server bannen So ist mein Server Das glaubst auch nur du Hallo, Schalter habe ich doch gekriegt Schalter reagiert nicht Dann drück ich ihn mal Oh, ich rutsche ab Zu glatt Übrigens Level 10 geht's Voll Was ist denn bei dem Schalter? Wirklich Ich lebe noch Was ist denn mit der Brücke los? Was war das denn jetzt? Hä? Das soll eine Brücke sein? Fällt man ja durch Nein, die hat eben angefangen zu wackeln Und dann So, jetzt kann ich auch den Schalter drücken Aber ich kann mir den Schalter drücken Und abwärts geht's Ey, wartet auf mich Ey, wartet auf mich Der war schön der Fu Der war schön Einfach über die Brücke gehen Auf der anderen Seite ist der Schalter einfach drücken Und dann zurücklaufen Da ist ihn komm So Geht ihr automatisch runter? Nein Du musst den Schalter drücken So Ach, scheiße, naja Wer seid ihr? Ey, da ist ein Teleporter Ja, den hab ich grad aktiviert Ich muss sagen Wer geht da ein Teleporter auf? Ist schön mit euch, Jungs Leider, weiter Ich war so ein Fuss auf meine Rune auf Kairo Weil ich mein Leben, meine Lebenskondition erhöhen kann So So, wie kriege ich die Tür jetzt auf? Ach so, was essen Hallo, wo seid denn ihr? Ich brauche mal wer denn den Schalter da vorne drückt Wie ist plötzlich zum Ziel der Vorteil? Komm ja schon Wo denn? Da vorne war irgendwo ein Schalter Guck dir mal, da steht die Tür dann auf Da vorne? Ja, irgendwo da vorne, lauf mal einfach mal zurück Vielleicht über die Brücke Aber hier ist ein Gegner Lauf zurück und drück den scheiß Schalter Warte Warte Hm, passiert gar nicht Oh, hier geht was runter Hä, ist da, hä? Egal Ich hab, nein, ich hab nicht geschlafen Hm Hm, 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 hm Hm, 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 hm Was ist denn der nun denn? Wunderlich, woher ist das denn da? Oh Ja, ja Ich bin bei der Startruhe Geht ihr auch wieder hoch? Ah, ja Ich fände irgendwie Und ich weiß nicht, keine Ahnung Ich hing, ich hing im Transporter fest da geht es nicht weiter hier ist ein schalter, soll ich den mal drücken? wo ist ein schalter? da ist kein durchfahrt drin, ich glaube da ist ein uhr lang richtig ach das täuscht, so sehr mögen die mich gar nicht ich kann durch die statue laufen und noch mehr freunde ich kann auch hier durch die statue laufen was zur hölle geht denn hier ab? paar kumpels bei des todes ist ganz schön schmerzhaft hier geht es irgendwie nicht weiter hier ist einer, kann er sein idee wo deckelsturm ganz doll viele gegner gegner, gegner, gegner ist ein schalter wo? in so nem Grab drin ach so, im Grab in nem Grabstein drin ist da noch rum drin? ich weiß, da war ein schalter drin hast du denn gedreht? mhm mhm da geht es hoch scheiße da ist hier vorne ja noch ein schalter guck mal nach herauf besser Power bloodlast jetzt sind es zwei schalter, ich habe beide gedrückt abwärts abwärts ach ach ja, scheiße was? ich kann mir mal die plattform zurückholen oder? bin grad zurückgelaufen unfallig jetzt hält der Feno jetzt gleich den Axt noch mal werfen du sollst natürlich weg nö, hier ist immer noch zu drück mal noch mehr Schalter ich bin dabei hier ist noch einer hab ich gedreht hab ich gedreht da tut sich irgendwas irgendwo das wird ja kein Schild mehr ach Gott, warum können wir hier nicht treten oh, kein Tor hier liegen haufenweise Schilder drum warum auch immer wo soll ich jetzt weiter hinkommen? nö nö lass々 nö nö Das wird ja nö nö nicht nö nö s ist wieder gleichsame ich die Komplexe hier nö ne nö alin guck mal tur geht auf ja als gestorben Ich bin durchgelaufen Du kannst nicht durch die Tore laufen Sag nur ob die Uhr Meine Ahnung, halb zwei Da muss ich den Upload starten Wo geh ich weiter? Dort muss ich aber Da muss ich jetzt keine Upload starten Runter Dann wieder hoch Ach, da vorne langst du kurz auf oder was? Hä? Was willst du? Ja, genau da Ich brauch noch einen Besatz Hier nicht Also muss es doch Es gibt sogar eine S-Animation für die Lizard Oh, die Handachse ist cool Nein Das ist wahrscheinlich so unsichtbar Was war denn das jetzt? Wackelt so komisch Ja Da vorne Ja Oh, wie ist was runtergefallen Oh, wie ist was runtergefallen? Bei einer halben Ewigkeit Ja, ich bin auch gerade runtergefallen Ich habe auch Ich habe auch Ich habe auch fucking Angst Jetzt habe ich keine Angst Jetzt habe ich keine Angst Ja Ich bin unbewaffnet, wahrscheinlich habe ich noch ein Schwert Ja Ja Okay Wusste ich Keine Ahnung was es bringt aber nicht Was? Do enter the room yet Oh, was stand da drin? So enter the room yet lava will start to rise and so'n scheiß Was soll der rotz? Ich will weitermachen Musst warten Hm, oder keine Ahnung Was soll der dumme scheiß Ja Wieso ist das da überhaupt unten? Wann ist das da? Das ist vorne gekommen, einfach so Kann es sein, dass wir nicht mehr sterben dürfen, nachdem wir Dann sind ja anscheinend schon Da unten ist noch ein Gegner Ich weiß Der kann natürlich auf Lava stehen Oh Was ist denn jetzt los? Hm Was auch immer? Machen wir weiter Nichts fragen Weitermachen Die kommen da hin 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 Bis durch Oh Warte Hilfe Ich kann aber das Gitter aufmachen Weil das ist ja sozial Okay Hier ist doch kein Schalter Oh nein, ich hab den Schalter gedreht Ah, jetzt ist das Der brennt die Gegner Voll um das geht ja Und weiter geht's Da geht's voll übel ab Da geht's voll übel ab Da ist ein Schalter Jo Ah, da vorne vielleicht Ah, ich häng fest! Klammte Scheiße nochmal Was ist das denn so festgelegt? Geht's hier weiter Cougi, oder wo? Die Gegner sehen mich nicht Oh, sie wollen Schalter gedreht Auf treten Auf treten Auf treten Auf treten Was auch immer Da müssen wir woanders was aufgangen sein Hier, hier, hä? Ja! Geil! Okay, jetzt geht aber das Tor hier auf Ja, ich hab's grad aufgemacht Geil! Oh, ich! Geil! Gleich tot! Na und? Gar nix! Ist nicht so, als ob das hier irgendwie eine Grenze an Leben wäre Nein, aber ist ungünstig zu sterben Also vielleicht irgendwer noch Blune Da oben ist eine Da oben links, da Guck mal links, da Oder rechts Je nachdem Da hinten Da oben Ich hab's ja schon gesehen Bin ich ja falsch, habe ich das Gefühl Ich bin ja falsch, toll Aber wie man da hinkommt, weiß ich nicht Ja, finde, wer ist Kannst du da versuchen, mir zu folgen? Ich bin in der Sack, also Weil hier oben geht's ja nicht lang Ich bin in der Sack Sonst für die Rune, an die ich dran will Hä? Kommst du jetzt ja, der Finja Ja, nein, das war eine Rune des Lebens Fuck Ich war schon in der Zeit hier Echt? Ja Lustig, ich komm hier nicht weiter Oh, hier ist ein Teleporter Der Finja gezeigt, wie's weitergeht Und jetzt alles weiter Ist ein Schalter Ja Ich hab ne Luftanzeige während ich unter Lava schwimme Interessant Hallo Das hat weh Kann man auch ersticken Hallo Honk Hö, ist ein bisschen lieber Ja, vom Teleporter weg Ist mein Privat-Teleporter Ich hoffe, hier geht's auch weiter Na, hier geht's nicht weiter Aber ich freue mich schon, du kommst nicht mehr rüber übrigens Klar, komm ich rüber Ja, wie denn? Einfach so Dann halte ich mich daran fest und dann Seh ich jetzt, dass es da noch eins ist Dann komm ich hier rüber Tja Wo geht's denn hier oben, weil da unten ist ein Gitter Da vorne krieg's rein Ja, vorne krieg's rein Toller Wow In der Rune Toll, ich kann auch Fackeln stehen, ohne Schaden zu nehmen Hier ist ein Schalter Warum? Echt mal die Wache Warum? Ich hab auch mal draufgeschlagen Was hättest du denn überhaupt? Ich hab ne Trophy bekommen Weil ich so toll bin und einmal draufgeschlagen hab Ich bin irgendwo irgendwie hier Hier war ich doch schön mal, oder? Ich bin mir unentsichert Ich bin voll unentsichert Ich bin voll unentsichert Ja Da gibt's immer den Kreis Geht doch, ich wollte den Kopf haben Nach hin! Ach, jetzt schlägt er mich Und ich sterb in der Lava Toll Und es dauert noch so ewig Komm jetzt sterb endlich Es wird auch langsam mal Zeit hier Ja Hey, da liegt ne Axt Ich nehm sie mal mit Teleport Ich glaub ich greif mich nicht an Weil ich schon untot bin Da frechst du, die greifen dich nicht an Ab und zu greifen mich nicht an An mich auch nicht Ab und zu stehen die alle nur dumm rum Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein